Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute möchte ich mal eingehen auf das Thema Stiftungen. Ja, Stiftungen gehören ja mit zu unserem Alltag. Und es gibt weltweit tatsächlich immer mehr Stiftungen. Stiftungen sind etwas ganz Wunderbares. Ich kann mit Stiftungen richtig, richtig gute, schöne Dinge tun. Ich kann Projekte unterstützen. Ich kann Menschen unterstützen. Ich kann wirklich etwas Gutes für diese Welt tun, für die Menschen tun. Ich kann ganz, ganz, ganz viele Dinge erreichen. Gleichzeitig ist aber eine Stiftung auch etwas, wo ich tatsächlich Steuern mitsparen kann. Ja, Stiftungen haben ganz andere Steuergrundlagen, werden ganz anders steuerlich eingestuft. Auch deswegen, weil sie Gutes tun und auch weil sie keinen Gewinn machen dürfen. Keinen Gewinn machen heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel als Stiftungsgründer vielleicht keine, also zwar Vorteile habe ich natürlich immer auch dann, wenn ich Projekte unterstütze, aber keine finanziellen Vorteile haben darf. Also kein Gewinn machen bedeutet nicht, dass ich keine finanziellen Vorteile haben darf. Ich kann mir zum Beispiel selber auch ein sehr, sehr gutes Gehalt auszahlen. Und ich kann zum Beispiel auch, wenn ich clever bin, in Projekte oder in Firmen investieren, von denen ich weiß, dass sie Gewinn machen werden. Und dann wird das Stiftungsvermögen auch immer größer. Und ich kann dann dieses Stiftungsvermögen auch wieder überall anders einsetzen. Und kann dann womöglich irgendwann vielleicht zu einer der erfolgreichsten, einflussreichsten Stiftungen der Welt werden. Wir wissen alle, es gibt ein paar Stiftungen. Vor allen Dingen gibt es eine Stiftung eines Herrn aus den USA, der sich eigentlich um Computer gekümmert hat. Ja, der auch eine Frau hat, die sich inzwischen von ihm getrennt hat. Aber gleichzeitig sind beide noch in der Stiftung oder mit der Stiftung verbunden. Das ist eine Stiftung, die hat alles richtig gemacht in dem Sinne. Denn sie ist immer größer und immer einflussreicher geworden. Jetzt sagen viele von Ihnen, ja, aber wie können Sie so positiv über diese Stiftung reden? Nun, ich möchte über diese Stiftung deswegen reden, weil es zeigt, was alles möglich ist mit einer Stiftung. Diese Stiftung unterstützt inzwischen vor allen Dingen, ich würde mal sagen, vor allen Dingen Projekte, die eigentlich gar keine, ja, keine Projekte sind, die man mithilfe einer Stiftung unterstützen müsste. Zum Beispiel Medienprojekte, ja. Es werden auch große Medienunternehmen werden unterstützt, die eigentlich, ja, Unternehmen sind, die Gewinn machen, die Gewinn machen müssten. Warum muss man solche Projekte unterstützen? Es werden auch zum Beispiel auch in Deutschland, auch in den Niederlanden, in Europa, in der Welt, in Indien übrigens auch ganz viele Projekte unterstützt, wo man sich fragt, ob das tatsächlich noch gemeinnützige Projekte sind. Das ist eine Frage, die ich mir stellen darf. Wenn ich auf einem, ja, in einem Bereich arbeite, wo es ganz viel Konkurrenz gibt, warum bekommt das eine Unternehmen dann Stiftungsgeld, Stiftungsvermögen und das andere Unternehmen nicht? Vielleicht, weil es über die richtigen Dinge berichtet? Vielleicht, weil es positiv über diese Stiftung berichtet oder niemals negativ über den Stiftungsgründer? Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie es. Aber es ist Teil unserer Gesellschaft, wie sie funktioniert. Und dieser Herr, der hatte mal wieder das richtige Näschen. Er hatte das richtige Näschen. Er hat schon oft das richtige Näschen gehabt. Er hatte schon damals mit seinen Computern das richtige Näschen. Und natürlich, er hatte auch die richtigen Verbindungen mit seinem Papa, der einer der einflussreichsten Rechtsanwälte der USA war. Immer das richtige Näschen. Und er hat jetzt auch das richtige Näschen für eine Entwicklung, für eine Entwicklung der Energie, von der wir eigentlich dachten, dass wir sie mehr oder weniger los wären. Ja, wir haben alle, alle, was heißt alle, viele von uns haben in den 80er Jahren uns vielleicht eingesetzt dafür, dass diese Entwicklung nicht kommen würde. Ja, einige haben auch, sind mitmarschiert bei den Friedensdemos oder sind mitmarschiert auch gegen diese Abfälle. Die Abfälle, die ja über viele Millionen, Millionen Jahre nicht mehr weggehen. Und es gibt ja auch eine Partei, die sich besonders dafür eingesetzt hat. Und jetzt ist diese Partei sogar mit in der Regierung. Etwas, was sich viele Menschen da nicht hätten vorstellen können. Sie regiert mit und gerade jetzt, ja, regiert sie mit und klicks, der Schalter wird umgehebelt. Und jetzt ist genau das, wo die Partei ja sehr, sehr lange, sehr, sehr stark dagegen war. Genau das passiert jetzt und wird wieder hochgejubelt. Auf ein silbernes Tablett wird das wieder die Menschen als etwas sehr Positives, Umweltfreundliches, Klimafreundliches präsentiert. Er hatte mal wieder das richtige Näschen. War es das richtige Näschen? Oder vielleicht auch Einfluss, Stiftungsvermögen? Ja, er unterstützt, diese Stiftung unterstützt sehr, sehr gerne Projekte auch und vor allen Dingen im Medienbereich. Wo ich gerade schon gesagt habe, da ist ganz viel Konkurrenz. Eigentlich müsste ich dann alle unterstützen und nicht nur eines oder zwei. Nein, so funktioniert das nicht. Ich unterstütze nur die, die es gut mit mir meinen, die gut über mich berichten und gut über meine Projekte berichten. Natürlich ist das unfair. Natürlich ist es nicht richtig. Aber es gehört mit zu der Entwicklung, in der wir uns gerade befinden. Und es ist Teil unseres Lebens. Die Erde, der Planet hier, ist nicht fair. Es ist nicht gerecht. Das Leben ist nicht gerecht. Das Leben ist voller Herausforderungen. Und es gehört mit zu meinem Leben, diese Herausforderungen zu sehen, sehr genau hinzuschauen und das zu tun, was ich für richtig halte. Diese ganz großen Dinge, diese ganz großen Entwicklungen auf der Machtebene, der weltweiten Machtebene, der großen Strippenzieher. Und glaubt mir, das ist nicht letztendlich der Strippenzieher. Darüber ist nochmal eine andere Ebene, bevor wir auf die allerhöchste Ebene kommen. Letztendlich lässt der Schöpfer nur das zu, was auch tatsächlich passieren muss. Und das ist auch der Grund, weshalb einige von euch immer wieder sagen, ja, aber so ein gemeiner Schöpfer, da kann ich überhaupt nicht positiv darüber denken. Doch, doch, das ist ja gerade das. Letztendlich lässt er es zu oder er lässt es nicht zu und schaut sich natürlich an, wie wir damit umgehen. Das ist genau wie Kindererziehung, ja. Wenn ich meine Kinder erziehe und ich sage immer, ich verbiete alles und ich halte sie von allem fern und ich mache vielleicht ein kleines Gitter rund um ihr Stückchen, wo sie sich bewegen dürfen, dann werden das unselbstständige, unsichere, sehr, sehr ängstliche und auch sehr schwache Kinder. Aber wenn ich sage, Mensch, die müssen auch schon mal hinfallen und das gehörte früher in meiner Jugend auch wirklich mit dazu, dass unsere Eltern manchmal vier, fünf, sechs Stunden lang überhaupt nicht wussten, wo wir waren. Sie wussten es nicht, weil wir hatten kein Handy. Die Eltern haben gesagt, nach der Schule, mach deine Schulaufgaben, wenn die fertig sind, darfst du raus. Und dann sind wir raus, bis es dunkel wurde. Und ja, manchmal war das um acht Uhr abends im Sommer oder um neun Uhr. Naja, neun Uhr dann nicht, aber acht Uhr oder halb acht, ja, oder zum Abendessen dann. Manchmal war es dann auch, am Wochenende war es dann manchmal acht, halb acht, acht. Und da waren wir vier, fünf, sechs Stunden unterwegs, ohne dass die Eltern wussten, wo wir sind. Und genauso verhält es sich natürlich auch im Großen Ganzen. Wir müssen lernen, mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Und wir sind jetzt auf dieser ganz, ganz hohen Stufe, wo wir sehen, dass alles, was uns versprochen wurde, genau das Gegenteil davon gemacht wurde, wo sich die Wahrheit zur Lüge entwickelt und Lüge plötzlich zur Wahrheit wird. In dieser Phase befinden wir uns gerade. Und deswegen sind wir auch wirklich jetzt in der Phase angelangt, wo es darum geht, zu sehen, was stattfindet. Und auch wirklich unsere Schlüsse daraus zu ziehen und auch tatsächlich daraus noch stärker hervorzugehen. Das ist um die Entwicklung, das ist die Entwicklungsstufe. Entwicklung bedeutet immer, Fortschritt bedeutet immer nach vorne sehen. Es ist immer Veränderung. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, in dem Augenblick, wo Sie sich das anhören, ist es schon nicht mehr in mir. Ist die Energie schon verdaut. So könnte man es im einfachsten Falle sagen. Die Energie ist verdaut. Und wir können daraus lernen. Wir können zuschauen und sagen, hey, das ist interessant. Das entwickelt sich gerade so. Es sind alles Teile, die mit zu unserem Leben gehören. Versucht euch nicht so sehr in diese negative Energie zu bewegen. Seht es. Schaut euch es an. Zieht eure Schlüsse. Und dann macht genau das, was ihr für richtig haltet. Lebt. Ja, lebt. Leben heißt, am Leben teilnehmen. Und nicht den ganzen Tag Nachrichten konsumieren. Was einige tun, kann auch zur Sucht werden. Deswegen wünsche ich euch einen, ja, einen traumhaft schönen, freien Tag. Und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt.